Yo Leute, was geht, was geht? Welcome to my channel, BamMood ist hier am Stizzle. Yes sir, heute, heute kommt kein Sketch, ja, wie ihr schon mitbekommen habt, ich werde ja von Montag bis Freitag immer Videos hochladen. Montag bis Freitag kommen Videos hoch von 19, also ab, ne, Videos kommen hoch um 19.30 Uhr. So, das ist das, was ich mir gesetzt habe und was ich auch erreichen will und schaffen werde. So, alright, kommen wir zu dem Punkt jetzt, warum ich jetzt hier sitze und kein Sketch hochlade, ist, weil ich einen Song gerne previewen will. Ich möchte einen Song previewen, was ich aufgenommen habe. Es ist jetzt nur eine Demo-Version, ja, es ist nur eine Demo-Version, aber ja, ich will einfach, dass ihr da mal kurz reinhört und ihr könnt dann halt eure Meinungen dann in den Kommentaren reinschreiben. Jetzt werde ich auf jeden Fall so viel labern, ja, ich wollte einfach, ich will noch eine Sache sagen, mir geht's gut, in der Sinn, aber, wie geht's euch? Okay, starten wir. Wie gesagt, es ist eine Demo-Version. Let's go! Oh, kleinen Moment, ich muss mich erst mal hier mit der Box hier, ähm, verbinden. Ich habe leider noch keine Studioboxen, aber die werde ich auf jeden Fall noch, äh, mir besorgen. Äh, scheiße, warum geht's jetzt hier? Ah, okay. Alright, Leute, let's start. Let's start. You've been on your sad behavior I can see the traces, the urchin You should let them go, let it loose Remember who you are Bis zum nächsten Mal. 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 Ja